So, Jungs! Seid ihr bereit? Ja. Ja, es ist hier mein Race-Camp mit den Kindern. Und ich muss sagen, wir haben Traumtage erwischt, Gott sei Dank. Es hat einen Dreiviertelmeter Neuschnee gemacht und jetzt scheint die Sonne. Und deswegen sind wir hier. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Felix und der Linus auch mit den Kids umgehen und mit welcher Begeisterung die Kids das auch aufnehmen, welche Tipps sie denen geben. Und ja, da schaut man gerne mal mit vorbei, gerade wenn das Wetter so ist wie heute. Kinder lernen in dem Alter extrem schnell sich anzupassen. Das ist ein Gut für alle Trainer. Nämlich diese Fähigkeit, dass die Kinder in dem Alter von 12 bis 14 Jahren eine extrem hohe, schnelle Anpassung vollziehen können. Das muss man eigentlich zugunsten ihrer Ausbildung ausnützen. Es ist jetzt mittlerweile das dritte Jahr hintereinander, wo ich dem Felix helfe bei seinem Camp. Und ja, das dritte Jahr ist auch wieder Wahnsinn. Es macht echt Spaß. Wenn man sich einen Felix anschauen kann, wie er Ski fährt und einen Linus, kann man sich viel abschauen. Also ich finde das gut. Ich fühle dich auf jeden Tag zusammen. Ich seh da hin. Ich werde dich auf jeden Tag mitodiieren. Und das dritte Jahrhund. Ja... Aber du wirst nahe sein wie Danceisch. Und du wirst mich noch einmal so fühlen. Nachts schau dich auf jeden Tag. Ja, dritte Jahrhund, oder? Und du wirst auch vorbei. Wo ist eigentlichierbe. Daめてmiary-ich-Reich-Agge mit alterf telev Böyle arrested und